Ich bin nicht einfach nur zurückgefahren von der Armee, sondern dass man mich zurückgebracht hat als eine kranke Person. In diesem Zelt befinden sich lebendige Zeugen, die das alles wissen. Da vorne sitzt meine Schwester, sie weiß, was alles mit mir geschehen ist, sie ist fünf Jahre älter als ich. Hier sitzen meine Verwandten, und da sitzt mein bester Freund Daniel, mit dem wir zusammen die Schulbank gedrückt haben. Und sie können das bezeugen, diese Heilung, die Gott getan hat. Und das war ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Das war nicht einfach nur ein Prozess. Das ist von heute auf morgen geschehen. 29. März am Freitagabend 1984. Und am Samstagmorgen habe ich bereits gearbeitet. Kreis den Herrn, liebe Brüder und Schwestern. Der erste Teil dieses Gottesdienstes neigt sich dem Ende zu. Und da wir heute ein Bibelfestival haben, und das für uns alle ein besonderes Fest ist, hat sich unser Gottesdienst etwas in die Länge gezogen. Ich spreche über das Zeitliche. Es wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber auch unsere Geduld. Ich möchte euch nicht unnötig aufhalten, weil uns alle noch ein leckeres Mittagessen erwartet. Aber wie ihr wisst, Jesus Christus hat einmal gesprochen, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern aus einem jedem Wort, aus dem Wort Gottes. Und wir haben heute sehr viel gehört. Und ich saß da vorne und habe gedacht, vielleicht kann man das alles zusammenfassen und beten. Aber eine Bibelstelle möchte ich uns noch heute lesen. Lasst uns zusammen diesen Text anschauen und versuchen, eine Überleitung auf unser Leben zu machen, auf unsere Beziehung zu Gott, auf unser Leben, was wir hier verbringen. Und lasst uns daraus eine nützliche Schlussfolgerung ziehen. Wir werden aus dem Propheten Jesaja lesen, 55. Mnogim aus uns, eine Stelle, die uns vielen bekannt ist, von Vers 6. Und sieh' dich Gott, wenn man ihn kann, und sieh' dich, wenn er ihn nahe ist. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruf ihn an, während er nahe ist. Und sieh' dich, wenn er nahe ist. Und sieh' dich, wenn er nicht zu finden ist. Und sieh' dich, wenn er nicht zu finden ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wieder Regen und der Schnee vom Himmel fällt, und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat, und dem Seemann Samen gegeben hat, und Brot dem, der ist. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wir haben gehört. Gott wendet sich durch sein Wort an den Menschen. Ich suche den Herrn, solange man ihn finden kann, und rufe ihn an, solange er nahe ist. Wenn ich solche Bibelstellen lese, wie Texte, die uns davor warnen, dann kommen mir besondere Momente aus meinem Leben in Erinnerung, wo ich anfange zu verstehen, wie kostbar doch diese Zeit ist, die Gott uns in unserem Leben gibt. Gott gibt uns nicht nur Zeit, sondern Gott erlaubt es uns, in bestimmten Lebenslagen uns zu befinden, in denen Gott es wünscht, dass wir Orientierung finden, und daraus etwas Nützliches ziehen können. Liebe Brüder und Schwestern, gestern hat Daniel hier gesprochen, und hat gesagt, wenn Gott mit uns spricht, wir nicht immer mit uns verstehen, dann können wir das Sprechen Gottes nicht immer verstehen, nur aus einem Grund, weil wir bestimmte Dinge zeitlich sehen. Ja, und Gott arbeitet mit uns in der Perspektive der Ewigkeit. Wir sorgen uns darum, dass es uns heute gut geht. Gott sorgt sich aber darum, dass es uns gestern, heute und morgen gut geht. Wer stimmt dem zu, liebe Brüder und Schwestern? Amen. Wenn in deinem Leben gestern schlecht gewesen ist, dann heißt das nicht, dass Gott das gewollt hat. Aber es spricht, скорее всего, sondern es spricht hauptsächlich davon, dass Gott dir vorgestern die Zeit gegeben hat, aber du hast es aber nicht begreifen. Du hast diese Möglichkeit nicht genutzt, und es ist dir schlecht geworden, und es kam etwas Schreckliches in dein Leben, und Gott wiederholt zu dir zu sprechen, ich habe ein gutes Vorhaben zu dir. Dir bleibt nur das Heute. Vchera und завтра nicht in deiner Hand. Ich suche den Herrn, solange er sich finden lässt, und ruf ihn an, solange er nahe ist. Ich habe schon mehrfach dieses Beispiel gebracht. Er hat sich in meinem Leben so eingeprägt. Zur damaligen Zeit bin ich gerade aus der Armee gekommen, bin nach Hause gekommen, bzw. mich hat man nach Hause gebracht, in einem hoffnungslosen Zustand. man hat für mich gebetet. Und nach dem prophetischen Wort, so wie Gott es versprochen hat, so hat Gott mich auch wiederhergestellt. Und als ich schon geheilt gewesen war durch Gott, bin ich von der Arbeit nach Hause gegangen, und hole Onkel Leonja ein. Das war unser Nachbar. Und als ich mit ihm so unterwegs war, habe ich ihn gefragt, wie geht es Ihnen? Er sagt, gut. Er fragt mich, wie es mir geht. Und ich habe zu ihm gesagt, preis du im Herrn, es geht mir gut, ich befinde mich auf den Füßen. Das, was ich vorher gesprochen habe, dass ich nicht einfach nur zurückgefahren bin von der Armee, sondern dass man mich zurückgebracht hat als eine kranke Person. In diesem Zelt befinden sich lebendige Zeugen, die das alles wissen. Da vorne sitzt meine Schwester. Sie weiß, was alles mit mir geschehen ist. Sie ist fünf Jahre älter als ich. Hier sitzen meine Verwandten. Und da sitzt mein bester Freund, Daniel. mit dem wir zusammen die Schulbank gedrückt haben. Und sie können das bezeugen, diese Heilung, die Gott getan hat. Und das war ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Das war nicht einfach nur ein Prozess. Das ist von heute auf morgen geschehen. 29. März am Freitagabend 1984 1984 Und am Samstagmorgen habe ich bereits gearbeitet. Und so laufe ich zurück mit diesem Onkel Lönia von der Arbeit. Und ich sage, Lönia, es war mir schlecht, aber Gott hat mich geheilt. Und er sagt, mir geht es gut. Und ich sage, Onkel Lönia, seid ihr in Frieden mit Gott? Und er sagt, ja, ich bin mittlerweile fast zum Glauben gekommen. Ich trinke nicht mehr, rauche nicht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass ich eine Gemeinde besuche. Und dann werden wir uns ähneln. Und ich sage, Onkel Lönia, was hindert sich daran, Buße zu tun? Und er sagt, ich weiß es nicht. Aber wenn du deine Hochzeit feiern wirst, dann werde ich auf deiner Hochzeit Buße tun. Und ich frage ihn, wo ist denn die Garantie, dass ihr bis zu meiner Hochzeit leben werdet? Und es steht überhaupt noch in den Sternen, ob ich überhaupt heiraten werde. Aber ihr müsst euch Gott zuwenden. Weil wir heute am Leben sind, morgen aber nicht wissen, was mit uns sein wird. Es vergingen einige Tage. Und ich laufe wieder zurück von der Arbeit. Und mir nachwärts geht ihre Frau, Lena. Und seine Frau, Lena, kommt mir entgegen. Идет und weint. Sie läuft mir entgegen und weint. Und ich frage, Tante Lena, wieso weint ihr? Und sie sagt, hast du denn etwa nicht gehört? Mein Lönia ist verstorben. Und ich sage, es kann doch nicht sein. Und sie sagt, ja, er ist verstorben. Gestern ist er diesen Weg von der Arbeit nach Hause gelaufen. Und es ist ihm schlecht geworden. Und er hat sich auf eine Bank gesetzt. Und ist verstorben. Etwas ist mit dem Herzen geschehen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Und ruft ihn an, solange er nahe ist. Mein lieber Bruder und meine liebe Schwester. Lieber Zuhörer. Wenn du nicht in Frieden mit Gott bist. Pämmi, das ist das самое ужасное положение человека. Dann sollst du verstehen, dass das das schlimmste Zustand eines Menschen ist. Das ist die schlimmste Krankheit in deinem Leben. Das ist die schlimmste Diagnose. Wenn du nicht in Frieden mit Gott lebst. Heute bist du gesund. Wenn morgen mit dir etwas geschieht. Vielleicht sogar auch heute etwas geschieht. Liebe Brüder und Schwestern. Es gibt keine Hoffnung. Eine Hoffnung auf das ewige Leben zu haben. Weil keiner, der in Feindschaft mit Gott gelebt hat. Der kann die Ewigkeit nicht mit ihm verbringen. Als die Apostel zu ihrer Zeit, so wie wir das heute tun, das Evangelium gepredigt haben. Dann erklang ihre Botschaft, versöhnt euch mit Gott. Люди, versöhnt euch mit Gott. Дорогой слушатель, primiri's mit Gott. Lieber Zuhörer, versöhne dich mit Gott. Пока твое сердце bьется. Solang dein Herz noch schlägt. Пока твой разum правильно рассуждает. Solang deine Gedankenwelt noch in Ordnung ist und du richtig denken kannst. Пока твои почки und печень funktionieren. Solang deine Lunge und deine Leber noch funktionieren. Пока твои уши und глаза reagieren. Solang deine Ohren und deine Augen noch reagieren. Вы знаете, когда что-то приходит в жизнь человека. Wenn etwas in das Leben eines Menschen kommt. К сожалению, он начинает вспоминать о Боге. Zum großen Bedauern fängt er dann an, sich an Gott zu erinnern. Иногда бывает с нами, друзья мои. Und manchmal kommt es so vor mit uns. Когда мы чувствуем себя. Dass, wenn wir uns fühlen. Очень неловко. Wenn wir uns sehr schlecht fühlen. Неуютно. Sehr unangenehm. И мы начинаем задавать Богу вопрос. Und wir anfangen, Gott die Frage zu stellen. Господи, за что? Почему? Herr, wofür? Wieso? И вдруг мы начинаем видеть Бога, как бы своим врагом, неприятелем своим. Und auf einmal fangen wir an, Gott zu sehen, als wie einen Feind. Вместо того, чтобы взвесить свою жизнь. Anstatt unser Leben auf die Waage zu stellen. И покаяться, и примириться с Богом. Und Buße zu tun, und sich mit Gott versöhnen zu lassen. Один пример, и мы будем молиться. Ein Beispiel noch, und wir kommen zum Gebet. Все, кто читал Библию. Alle diejenigen, die die Bibel gelesen haben. Слышьте, сегодня у нас Бибельфестиваль. Hört ihr, heute haben wir Bibelfestival. Библию читать полезно. Die Bibel zu lesen, das ist sehr nützlich. Так вот, все, кто читал Библию. Alle diejenigen, die die Bibel gelesen haben. На страницах этой книги описывается одно событие о одном человеке. In den Zeilen dieses Buches wird eine Geschichte beschrieben über einen Menschen. Вы знаете, это был глубоко верующий человек. Wisst ihr, das war ein sehr tiefglaubender Mensch. По имени Иона. Mit Namen Иона. Это был Пророк Божий. Das war ein Prophet Gottes. И когда-то Бог послал его в город Nineveю. Und Gott hat ihm einmal den Auftrag gegeben, in die Stadt Nineveh zu gehen. Это был развратный город. Das war eine Stadt, die in Unreinheit gelebt hat. И это беззаконие дошло до Бога. Und diese Gesetzlosigkeit ist vor Gott getreten. И Бог сказал так, больше продолжаться не может. Und Gott hat gesprochen, so kann es nicht mehr weitergehen. Все, Schluss. Schluss. 40 дней, и Nineveh будет разрушена. 40 Tage, и Nineveh будет zerstört werden. Мое терпение закончилось. Meine Geduld neigt sich dem Ende zu. Время пошло. Die Zeit beginnt. День один. Tag eins. День два. Der zweite Tag. День три. Der dritte Tag. Вот так. Такой вывод сделал Бог. So eine Schlussfolgerung hat Gott gezogen. И своего раба, Иону, он обязал. Und seinen Knecht, Иона, hat er den Befehl gegeben. Иона, иди и скажи этим людям. Иона, geh hin и erzähль diesen Menschen. Я им отмерил время. 40 дней. Их habe ihnen 40 Tage Zeit gegeben, и dann ist Schluss. Nineveh будет разрушена. Nineveh будет зerstört werden. Бог даже, Ионе не сказал, иди проповедуй, чтобы они покаялись, может я передумаю. Gott hat zu Yona nicht mal gesprochen, geh hin und predige, vielleicht tun sie buße, und ich werde, werde das nochmal überdenken. Это был Urteil. Fertig. Schluss. Das war ein Urteil. И Иона подумал, ой ей. И Иона hat gedacht, ой ей. Господи, куда бы, куда бы. Вовин. Но не в Ниневию. Они же меня там убьют. Die werden mich doch dort töten. Знаете, история говорит, что там наказывали в свое время ужасно. И die Geschichte besagt, dass dort sehr, sehr hart gestraft worden ist. Людей живыми сажали на колья. Menschen wurden lebendig auf Spieße aufgesetzt. Я не знаю, если бы кому-то из нас Бог сегодня сказал об этом. Wisst ihr, wenn Gott jemandem zu uns heute so sprechen würde, кто бы пошел в такой город проповедовать? Wer würde in so eine Stadt gehen, zu predigen? И вы знаете, Иона, зная живого Бога, wisst ihr, Иона kannte den lebendigen Gott und hat angefangen zu denken. Я возьму Билет, ich nehme mir ein Ticket, на корабль, setze mich auf ein Schiff и уплыву в Фарсис und werde nach Tarsis schippern. А Бог посмотрел на Иону. Gott hat sich aber Иона genau angesehen. Иона так не пойдет. Он hat gesagt, Иона, so wird es nicht gehen. Я не человек. Ich bin kein Mensch. Иона берет Билет и бежит в Фарсис. Иона nimmt sich ein Ticket und flieht nach Tarsis. А Бог поднимает все море. против Иона. Против Иона. выбрасывает Груст с корабля. море не успокаив In diesem Fall gefällt er mir sehr. Вы знаете, ich weiß nicht, was wir sagen würden. Но Иона признался. Aber Иона hat gestanden. Он говорит всем этим людям. Und er spricht zu all den Menschen. Там сто с лишним человек было. dort waren etwas über 100 Menschen. Wisst ihr, вieso euch das ereilt? Я виноват. Я виноват. Как? Виноват. Почему ты виноват? Виноват. рассказывай. Я человек, который верю в живого Бога, сотворившего неба и земля. Я bin ein Mensch, der ан lebendigen Gott glaubt, der Himmel und Erde erschaffen имеет особое поручение от Него. Но я решил убежать от лица Его. Я решил убежать от лица Его. Выбросите меня за Борт и море для вас утихнет. И они посмотрели на него. Они жалились над ним и стали сильнее грести и предпринимать что-то, чтобы спасти. и начали поддать и что-то поддать и не шанс. Ничего. И берут Иону и выбрасывают за Борт. И Бог повелевает большому киту его проглотить. Наверное, это был Кашаот. Это wahrscheinlich очень большой фиш. И Иона оказался в таком тесном месте. Иона befан себя в таком тесном месте. Вы понимаете эту атмосферу, да? Кто сегодня бежит от лица Господня, вам знакомо это? кто уже пробовал это делать? Вам это знакомо? Кто уже пробовал Когда все против вас работает. И Иона в желудке этого кита. Там темно. Представляете? там все вот эти водные присмыкающиеся крабы, рыбы, фиши, ну что угодно, все, что кит проглотил. И оно лазит, знаете, под вас, шевелится, ну все, уши, в рот. И он краблет тут и все двигает себя. И это интересно, Иона требовала времени, чтобы подумать. Библия не рассказывает, сразу он вызвал к Богу или через три дня. Я бы наверное это сразу сделал. Иона может быть три дня там ворочался. Иона понимает, что тут ничего не получится. Он начинает обращаться к живому Богу, от которого он бежит. Знакомая вам такая ситуация, друзья мои? Я говорю образно, понимаете меня пожалуйста. И начинает взывать к Богу. Господи порсти меня. Бог увидел смирение Ионы. Все, Иона готов, созрел, Иона готова, Иона готова, Иона готова, и он выбрасывает его на сушу. И он попросит его из муния. И Бог повторно говорит, Иона, иди в город Ниневи и проповедуй, что через 40 дней Ниневи будет разрушено. Иона вендет слышите люди, через 40 дней Ниневи будет разрушено. Он рисковал жизнью свою. Его проповедь дошла до царя. Субтитры дошла до царя. Когда царь это услышал, он объявил пост. Дри дня никого не кормить, не поить. Дри таги ланг соль ниманд ессн и тринк. Ни животных, ни людей. Веда Тир нох Мэн. Все будем взывать Богу. Может быть Бог смилуется. Мы будем все к Богу рупить. Vielleicht будет Гнаду шенки. Была надежда у царя. Какой разумный царь оказался. Как правильно он сориентировался. И Бог обратил на это покаяние внимание. И отменил все это. Слава Богу. И дал им жизнь. И вразумил Иону. Дорогие братья и сестры. Ищите Господа когда можно найти Его. Призывайте когда Он близко. Мы сейчас будем молиться. У нас время истекло. И у нас будет обед. Когда будет обед, у нас есть еще одно служение, которое нам надо будет срочно сегодня еще исполнить. им в сегодня нужно изменить. Это водное крещение. Нам надо будет преподать водное крещение. Мы будем такое водное крещение, которое мы еще никогда не преподавали. Я не говорю о форме и о формулировке водного крещения. нет, форма остается прежней. Мы зайдем в воду. Мы будем в воду. И формулировка водного крещения остается прежней. Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий? Даешь ли обещание ему служить доброй совести? В случае положительного ответа, если ответ позитив ausфällt, мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа, то мы им в Namen des Ваттера, Сына и Сына. Но особенно оно тем, что я еще такое водное крещение не преподавал людям, которым Бог, к которым Бог ночью обратился и сказал и сказал в течение 18 дней прими водное крещение она проснулась, она проснулась, она сегодня тоже здесь и она слышит такой голос или Вразумление прочитает Деяние Апостолов 8. Леса Апостол 8. Она открывает Библию ночью начинает читать и начинает читать Апостол И Апостол И Филипп преподает Евнуху водное крещение И когда мне позвонили и сказали вот о таком вразумлении я стал спрашивать а какая причина почему так срочно а потому что эта Сестра Валентина говорит мне один брат много рассказывал о Христе и говорил что тебе нужно принять водное крещение и я откладывала 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 и я как мне казалось были серьезные причины и вот вдруг теперь ночью я получаю такое вразумление и поэтому я сегодня здесь когда я это услышал я немножко исследовал это дело и решил что мы должны это сделать сегодня и мне так хочется чтобы вот эта заповедь Иисуса Христа в жизни этой сестры Валентины исполнилось по слову Господа и Бог продлил бы дни ее благоденствия чтобы это случилось как с городом Ниневи Бог в своем прочном слове об этом говорит Бог Бог в своем prophet и иногда я скажу о каком народе что накажу истреблю я буду страдать и разрушу но если этот народ обратится ко мне но но если это народ и начнет творить суд и правду и начнет творить и правду Бог говорит я отменю все зло которое я помыслил сделать и наоборот если я кому-то пообещаю благословлю устрою я буду segнен и буду орден но этот человек или этот народ надеется на это и начнет творить беззаконие Бог говорит я отменю все добро которое я помыслил или пообещал сделать дорогие братья и сестры какой хороший у нас Бог который ждет от нас реакции итак ты не знаешь сколько дней отмерено тебе и что с тобой и со мной будет завтра давайте мы сейчас помолимся может в нашем собрании сегодня есть личности которые желают примириться с Богом может ты это все уже давно знаешь и не раз это слышал и тоже еще не крестился потому что находишь причины потому что живешь во грехе потому что любишь что-то другое что противно Богу сегодня твой день ты можешь дать о себе знать пройти сюда вперед мы за тебя помолимся у нас будет пауза ты можешь в обед подойти к кому-нибудь из нас из братьев мы можем с тобой помолиться после обеда будет еще служение используй это время для себя да спасет тебя Господь с тобой подожди 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 Vielen Dank.